Hallo Leute, hier ist eure Löscher und herzlich willkommen zum dieswöchigen Mittwochs-Update. Ja, eine ganze Menge ist noch wegen Valentinstag zu tun, obwohl jetzt am 17. Februar ist der ja eigentlich schon vorbei. Valentinstag ist ja am 14. Februar. Aber ihr könnt immer noch die Valentinstags-Quest in Jallheim bei Catherine und auch in Silverglay bei Donald machen. Und ebenfalls sind bei Derek jetzt neue Quests hinzugekommen. Und zwar hat er so ein paar Briefe irgendwie verschlunzt. Warum auch immer. Ihr solltet ihm auf jeden Fall auch helfen. Das gibt mir mehr Spieler-Erfahrung und vielleicht ja auch ein schönes Ongerteil. Ohohoho, hab ich jetzt etwa gespoilert? Ohohoho. Nein, auf jeden Fall solltet ihr die Quests machen. Ja, was ist noch mit dem dieswöchigen Update gekommen? Der Pferdemarkt steht nicht mehr in Fort Pinter, sondern wird gerade in Silverglay aufgebaut und wird nächste Woche eröffnet. Ebenfalls gibt es wieder eine neue Ausrüstung und neue Klamotten in der Mall. Sind auch schön. Wir gekennzeichnen mit dem New Button. Immer noch ein dickes, dickes Lob an SSO. Und ja, ansonsten geht die Epona-Quest weiter. Diese Haupt-Quest geht weiter mit Hermann. Wir müssen Hermann retten. Das werde ich später auch noch aufnehmen. Allerdings habe ich mir gedacht, nehme ich das etwas später auf. In der Hoffnung, dass da nicht mehr ganz so viel Trub ist, dass wir das Ganze ein bisschen genießen können. Die Atmosphäre und so weiter. Deswegen wird das erst etwas später kommen. Aber ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm für euch. Und ich hoffe, wir können das dann genießen, dass nicht so viel los ist. Ja, auf jeden Fall, damit ihr die Quest machen könnt, müsst ihr den ersten Teil der Epona-Geschichte absolviert haben. Und zwar müsst ihr den NPC Jupiter an der Klippe außerhalb von Old Hillcrest schon getroffen haben. Und dann könnt ihr auch mit der Quest weitermachen. Und ich bin auch schon wirklich gespannt. Ja, noch zu erwähnen ist das Star Stable in den News, was geschrieben hat, was sehr interessant war. Und zwar kommt wahrscheinlich bald wieder die Fashion Week. Viele von euch kennen das gar nicht. Das war letztes Jahr in der Mall für so zwei Wochen ungefähr oder drei Wochen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist da wirklich eine Fashion Week dann in der Mall. Und da kommt auch Raptor und so weiter. Also das wird so in vielleicht ein, zwei, drei Wochen kommen. Was jetzt aber interessant ist, gerade für die YouTube-Künstler, ist, dass es so angekündigt hat, dass es einen Wettbewerb geben wird. Also wer gut im Bearbeiten so Miep-Part-mäßig ist oder so, behaltet euch bereit. Noch wissen wir nichts Genaues. Und ich halte euch weiterhin am Laufenden. Und ja, ich habe jetzt nur mal ganz kurz so eine News-Übersicht kurz gemacht. Und alle Informationen findet ihr auch noch mal unten in der Infobox. Und ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Und man sieht sich dann später bei den neuen Story-Quests. Bis dahin, eure Lisha. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.